Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner war ein Befehl zu widersetzen! der Angriff Steiner des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur behindert. Es hat mich gegeben nur... Widerstand! Ich hab weggelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden in ihrem eigenen Blut ersaufen! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Nur die Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei dem verlasse, Irrschen Sie sich, der Volk ist! Er jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Ja! 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 Ja!